Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Ja, der Bauer Sepp war fleißig und hat hier ein bisschen aufgestockt und mir die Level geschenkt. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, damit wir nicht so langweilig den nächsten Part haben. Und es wird ein bisschen anständiger Part, weil wir, ja, wieder mehr Sachen machen können. Ähm, ich habe hier ein paar Tierfallen aufgebaut, aber die gehen irgendwie nicht. Vielleicht brauchen wir Tiere, die herumlaufen. Hm, müsste das dann mal irgendwie ausprobieren. Das ist nämlich Getreideköder. Hm, wenn man die jetzt zu den Tieren in das Gehege tut, werden die dann gefangen? Keine Ahnung. So, wir haben 24 Levels. Könnten wir ein Schwert verzaubern? Hm. Ja, könnten wir, aber... Haben wir nicht irgendwo noch die Sachen? Da, genau. Wenn wir jetzt hier mal ein Schwert reinmachen, ist Halbbarkeit 3. Das ist sehr gut. Also, dann machen wir... Ach Gott. Machen wir das Schwert. Ah ja, geht nicht. Dann warten wir mit dem Schwert. So. Und leveln noch ein bisschen. Wir haben Schwerte, gut. Ähm... Ähm... Ja. So, in den nächsten Parts kommen dann die Bauparts dran. Ähm... Ich möchte einfach... Mich noch gut vorbereiten. Dass wir dann schnell die Items auch formen können, die wir dann noch brauchen. Und, ähm... Ja, mal schauen, hä? So, wir sind hier wieder in der Farmwelt 1. Also Farmplatz 1, sozusagen. Und, ähm... Ich möchte gerne jetzt kurz mal etwas erkunden und dann irgendwo in eine Höhle gehen. Ich möchte gerne mal, ja, hier runter, hä? So ein bisschen Lomi-Dirt habe ich mitgenommen beim Farmen. Das kann ich dann euch auch noch zeigen, was ich so ein bisschen gefarmt habe. Okay, hier sind Heißblumen. Nett. Hm. Ah, ist so schön hier. Mir gefällt das. Anders sehtest du hier. Wow. Jetzt fallen wir dann plötzlich wieder runter. Ja, es ist gefährlich geworden mit den Mods. Aber, jo, wir schaffen das. Wir kommen noch zu den Bauparts. Wir schaffen das alles, gell? Und ihr dürft gerne ein bisschen reklamieren. Ein bisschen böse zu mir sein, wenn es allzu lange dauern sollte für euren Geschmack. Aber es ist nur nun mal ein Mod. Let's play. Und die Mods sind sowas von, ja, umfangreich, lange und, ja. Was ist da? Da ist es so ein bisschen... Was ist denn die Länge gezogen? Nun gut. So. Also. Ja, da können wir einfach machen. Das ist schon früher, aber im Wald, naja. Da passiert uns sofort wieder etwas. Nein, danke. Wir haben nur einen Eisenschwert. Und, äh, nicht mal mehr eine Rüstung, ey. Hi. Aber ist hier auch nichts. Das ist die plötzende Farmwelt. Haben wir schon Kürbisse? Ich nehme ein paar mit, hä? Das ist ja die Farmwelt. Und hier kann ich alles mitnehmen. Oh, schaut da jetzt den Marmut an. Nein, das ist ein normaler Elefant. Ja, wir haben die Sache noch nicht für die Decke. Da können wir Elefanten reiten. Ob das sah, hättet ihr im vorherigen Part. Hm. Was sind das für Pflanzen hier? Von Plants Megapack. Ja. Wehte Karotten. Nehmen wir mal mit. So. Giftpflanzen. Werden wir auch mit am besten. Hm. Gib mir mal nochmals dieses Hasi. Danke. Ich bin der Hasi-Killer. Tut mir leid für die Hasi-Freunde. Und dich nehme ich auch. Du bist ein Vogel. Du gehörst mir. Ein Rabe. Oh. Gib mir mal etwas besonders. Schwarze Federn hätte ich gern. Das sind doch Mammuts. Ich will Mammuts. Mammuts. Also eine Reste davon Mammut. Eisige Iris. Wichtig. Jetzt müssen wir schauen, dass ich kein Creeper hier überrasche. Überraschen. Ah, sieh. Da ist irgendwo ein Creeper. Da. Oh, ein Dorfbewohner-Zombie. So. Kleiner Mammut. Eine Spinne ist das. Okay. Kein Creeper. Der ist gezistert. Boah. Dankeschön, Creeper, dass du nicht explodiert bist. Du aber. Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Was bist du? Hey. Oh Gott. Oh Gott. Lasst mich. Schallplatte, bitte. Schallplatte, bitte. Ist aber ein Zombie, der wegen einem Skelett gekämpft hat. Zweites Skelett. Nicht getroffen hat er das Skelett. Hm. Gut. Ähm. Ah ja, die, den wollte ich ja mitnehmen. Den. Rucksack. Hm. Ja, ja. So. Schaffen wir es. Nur kurz mal schauen, wo wir irgendwas haben. Nichts. Das ist ein Skelett gestorben, aber nichts, was ich wollte. Das ist jetzt gerade ein bisschen unwohl bei mir. Ich muss gut schauen. So. Enderman. Ja. Ja. Immer dranbleiben, sonst ist es zu gefährlich mit so wenig Equip. Gut. Gut. Hier haben wir gut Übersicht. Können wir da drauf. Ja. ganz knapp, aber ich bin ganz knapp, aber ich bin nicht so gut im Jump'n' Run. Ja. Es geht. Besser soll ich selber mitspielen. Da oben könnt ihr uns nur ein Skelett erwischen. Was ist das eigentlich? Ein Reh? Irgendwas so etwas. Das weg. Hm. Da ist ja Schwarzpulver weggekommen. Ähm. Äh, der weg. Ja, leider ist es nicht gerade so gut, wenn wir so wenig Platz haben in einem Mod. Hm. Ach komm. Gerade alles ins Loch rein. Ah. Gut. Also, hier haben wir noch ein paar Spinnen. Hey. Weg bei diesen Giftpflanzen-Zeugs. Ja. So. Wir müssen uns trotzdem noch heilen. Okay. Wird es endlich Torque wieder? Es geht noch einig. Und wir haben Mondfinitionist. Oh. Ja, und Kree bekommt er auch noch. Wir haben immer noch keinen Bogen. Okay. Wenn du das so wisst. Dann gehen wir mal hier rüber. Ja. Nicht zum Skelett. Mal einen Kriper. Ja, wir müssen jetzt wieder nach Hause. Unbedingt. Das ist eine Katze. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Bevor wir noch die Level verlieren. Ja, wir müssen noch die Level verlieren wegen Sterben. Ja, Wodka. Nehme ich hier ein bisschen Wodka mit. Gut. Gut. So. Dann müssen wir aber schauen, wo wir hin müssen. Farm 1 müssen wir hin. Oh, Skorpiole. Kann ich aber besiegen, oder? Langsamkeit. Ah, die haben Kinder drauf gehabt. Da habe ich nicht gesehen. So, jetzt. Aber nur langsam. Toll, aber ergeben nicht viel. Okay. So. Und Skelett natürlich. Ah, da haben wir noch einen Herbstwald. Nein, das ist ein Mäppelwood. Äh, auch ein Wald. Hm. Ja, wir brauchen noch rote Blumen. Gut. So. Das ist was? Speckstein. Speckstein. Alles muss versteckt sein. Hm. Okay. So. Bisschen Eis laufen. Hm. Bisschen komisch aus. Da sieht alles ein bisschen komisch aus. Also, wir müssen... Wo ist jetzt da? Da. Ah, Farm 1 müssen wir hin. Gut. Ja. Es ist euch okay, wenn ich so viele, ähm, Waypoints offen habe. Ich kann ein paar noch schließen. Kein Problem. Es ist nur, ähm, ich will einfach viel markieren, damit ich es nicht vergesse. Und wenn die, ähm, versteckt sind, könnte ich es noch ein bisschen vergessen. Ah, wir sind schon wieder hier. Kühe. Dann holen wir uns den Rucksack nochmal und gehen nochmals ein bisschen. Ja, wir sind da noch, ähm, wir sind da noch ein bisschen Brot zu machen. Oder die das Fleischbraten, genau. Wir haben ja Kühe geschlachtet. Ja. Also. Wo haben wir den Rucksack? Ich hoffe nicht hier irgendwo in einem Stollen. Den habe ich das letzte Mal, glaube ich, noch gehabt. Und der muss irgendwo bei den Kisten sein. Hm. So. Zurück. Friedlich machen. Ich hoffe, das automatisiert sich bald mal, damit ich auch eine Herausforderung habe in den Farmwelten. Also, wo ist der Rucksack? Hm. Also, ich werde mal hier Leder, Knochen, Feder, Enderperle, Schnee, da ist eigentlich nichts für. Hm. Hier könnte ich noch was auch noch anlegen. Kann ich jetzt mal nicht. Da ist eben der Hoh da, wo man nicht reiten kann. Oh, der erst spät reiten kann mit der Decke. Ähm. Ja, machen wir mal Fleisch in den Ofen. Gut. Dann muss ich wieder hier hin. Hier habe ich die Samen. Ich habe keine Samen. Hier. Momentan. Machen wir alle hin. Ah, hier wäre noch. Ja. Gut. Ja, die habe ich schon gehabt. Die Kürbisse. Hm. Zucker und Eier. Eier habe ich. Zucker habe ich. Ja. Komm. Wir pflanzen die an und dann Zucker. Und, ähm, den noch. Also, ich brauche eine Hake. So. Mach ich noch eine Hose. Gut. Nein. Hochschule. So. Was? Ja, gut. Ich dachte, ich habe ein Ding gehabt. Äh, äh. Brustplatte. Hm. Ja, hier nicht. Ähm. Ich will die Kürbisse ja anpflanzen. Ja, jetzt muss ich schauen. Äh. So. Muss ich die zum Ding machen? Gut. Samen. Ähm. So. Und. Mach mal so. Dann haben wir immer so. Gut. Ah, da haben wir noch, äh, Ding. Aber ich möchte trotzdem eben mehr Essen haben. So, oder? So viel ist schon Boxwut. Boah. Also. Ein paar Ernten hier. Nehmen wir gleich mal alle und largen sie. So. Eier haben wir noch in dieser Truhe da oben, hä? Das ist das Huhn, das ich mal daneben geschossen habe mit einem Ei. Das darf gerne ein bisschen herumliegen. So, jetzt machen wir Zucker und danach, ähm, Eier dazu und, ähm, Kürbisse. Also Zucker. Also Zucker. Das reicht. So, so, und so. Gibt Kürbiskuchen. Ich finde ihn gut als vegetarischen Ersatz. So, gut, ähm, dann legen wir das Brot hier rein und tun was entnehmen. Und, ähm, ähm, ja, gut. Okay, merken. Was brauchen wir noch? Ähm, 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 das Fleisch brauchen wir noch, zum Essen machen. Und, ähm, ja, dann müssen wir eigentlich nur noch gehen, hä? Gut. Hab der, der Rucksack haben wir doch mal rausgenommen. Ich weiss, wo er ist. Wir gehen ihn holen. Ich weiss, wo er ist. Ja. Mal gucken, ob ich dort hinkomme. Ich habe ihn markiert, genau. Stimmt. Ich habe nämlich gelabelt bei einem Giftspänen-Spawner. Da die Giftfalle. So, alle. Aber wir machen ihn auf einfach. Gut. Ah, endlich mal das bekommen von diesen Hasen. Die hüpfen mir ein bisschen zu viel herum. Sind ein bisschen auf Ecstasy. Welcher Drog ist da so? Ähm, hyperaktiv zeigst du? Na ja, also. Ich will da. Ja. Komm, rennen wir. So, jetzt ist es eigentlich hier gewesen. Ich hoffe, es ist hier. Nein, es ist nicht hier, aber daneben. Da habe ich schön markiert. Gut. Jetzt haben wir hier Spinnen. So, dir da. Ein Tegersus. Okay, dann stirb er. Horst Mob. Gute Namen. So, da ist er. Du bist ein böser Schlingel. Ja, ist halt. Inaktiv. Ich muss ihn unten, unten. Weil die Spinnen irgendwie nicht senken können, muss ich da irgendwie unten etwas machen. Aber, ja eben. So, gut, das haben wir. Boah, ist aber schon voll. Ja. Wegen diesen vielen, ähm, Kisten, die es gibt, die sind in diesen Stollen. Das ist schon so voll. Hm. Ja, Kohle habe ich genug. Ich will lieber, ähm, Mond zu töten. Noch einen. Danke fürs Leder. Sehr schön. Wir brauchen dann viel Leder. Tschüss. Danke. Okay. Jetzt gehen wir in den Mappelwut. Und, ähm, schauen wir uns da ein bisschen um, nach Mappel, äh, sag schon, Setzlingen. Und so weiter. Ich glaube, Mappelwut ist noch sehr interessant da anzuschauen. Aber in diese will ich nicht, so. Ich will hier beim Ding bleiben. Das ist ja ein Gletscher, hä? Gehen wir ein bisschen zum Gletscher nachher. Es kann doch nicht sein, dass ein Gletscher so langweilig ist. Da muss doch irgendwas sein. So. Ah, der schöne Stein ist dort wieder. Können wir vielleicht dann mal farmen. Die blaue Pflanze muss kommen. Ah, Mann, das sind wieder die. Kann man die nicht irgendwie markieren? Nein, man darf sie nicht so abhören. Man braucht nur blöde Schäden. Für. Gut. Easy. Das sind was? Boah. Bleibt mir weg. Ich glaube, die habe ich schon mal euch gezeigt, aber... war mir recht schwer. Selbe Skeletten, heißen sie. Okay. Ja, sind halt ein bisschen dumm. Aber ganz dumm. Hm. Ja, wo ist jetzt der Mappelwald? Das ist ein normaler Fichtenwald. Aber sie cool ist. Das ist ein schöner Wald. Hm. Blöde Nacht. Da ist der Mappelhut. Gut. Schön. Spende kommt nicht. Gut. Ja, so haben wir. Oh, schon wieder bald fertig. Na gut. Suchen wir noch hier ein bisschen. Wieso hat das hier MS-Roche? Hügel? Danke. Blöde Wolf, kann man dich auch züchten? Das wäre cool. Was ist das? Na gut. Also. Ich denke, ich bleibe hier. Und im nächsten Part werden wir schauen, was Mappelhut ist. Ja, danke schön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Trago Basler. Tschüss.